Dabei ist halt schon was anderes. So, jetzt muss ich mal überlegen, kommen das auch mal kurz weg, machen den Wasserfluss mal hier kurz weg, den können wir ja gleich wieder machen. Mir geht es eigentlich nur, jetzt mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dann holen wir uns mal ein Wasser, ah, Eimer kann man ja seit neuestem jetzt ausstapeln, wunderbar, boah, das ist gut, dann nehmen sie auch nicht mehr so viel Platz im Inventar weg. Okay, das war gerade ein Anzeige-Bug. Egal. So, weil ich muss wissen, jetzt komm schon. Ob. Genau, das fließt jetzt nämlich nicht mehr da runter komplett. Aber eigentlich muss ich mal die Lava abschöpfen, irgendwie. Ah. Ah, ich Idiot. Wieso war da? Ach nee, jetzt muss ich die Diamantenspitzhacke holen. Menno. Gut, wir müssen eher auf Lava-Suche gehen. Super. Das war natürlich jetzt nicht Sinn der Sache. Das Lava stellen wir mal ab. So. Komm. Und. Da. So, und hier müssten wir eigentlich nur zwei Spots hin. Es gewittert. Zum ersten Mal in meiner Minecraft-Geschichte im Let's Play gewittert's. Krass. Eigentlich nur hier und da. Genau, weil. Jetzt müsste eigentlich alles direkt in die Mitte fließen. Und so sieht's nämlich auch aus. Hä? Das gewittert bis hier runter. Krass. So. Ah, wie machen wir das jetzt dann? Du kommst weg. Stimmt, ich muss ja die Dia-Hacke holen. Auf jeden Fall. Kacke. Sonst dauert es zu ewig, wenn es Obsidian abzubauen. Boah, war ich blöd, ey. Wieso war ich bloß so blöd? Das ist doch mal wieder der perfekte Start für eine scheiß Fail-Off-Name. Wow, 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 wow. Boah. Zombies. Creeper. Oh Gott. Hilfe. Haha, daneben. Und rein. Gut. So, wir gehen jetzt runter. Blüm, blüm, blüm. Ein Enderman. Nein. Werkzeuge waren doch hier. Die Diamantenspitzhacke. Was war denn das? Ach, das sind Schuhe. Oh Gott, oh Gott. Oh, 22. Das ist doch eine gute Zahl. 23 Leitern. Dann könnte es sein, dass die Dinger nur einen leichten Dropschaden bekommen. Also mit Dingern meine ich halt... Monster. So, dann machen wir das mal so. Essen mal kurz noch mit Broach. Und rennen hier durch die Pampa durch. Okay. Au. Es wird langsam wieder Tag. Boah, der Himmel sieht schon geil aus. Nein, 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 nein. Schwein gehabt Komm her, komm, gut, gut Gut, geh mal runter Nehmen uns die Diamantenspitzhacke Wieso ist jetzt da schon wieder die alte drin Hallo Hallo So So Weißt was Wenn da schon mal ein Creeper drin ist Endlich So Böses Ding So, die Dia Spitzhacke kommt raus Das Obsidian auch So Dann haben wir hier 23 Leitern Wo kommt der Creeper her Jetzt ist die Frage Machen wir es so 1, 2, 3 Also bis dahin Das Glas tauschen wir mal aus Gegen die Leiter Hier Jetzt haben wir hier Oh, 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 oh Nein, nein, nein So Ähm, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12. Du Arschloch. Du kleines, grandioses Arsch. So. Äh, was habe ich gesagt? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kurze Pause, anderes Lied. So. 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 Es müsste eigentlich... ... ... ...